Unsere Stärke ist der Baukasten, der unserem Portfolio hinterlegt ist. Wir bewegen uns dort in einem relativ großen Bereich der Antriebstechnik bis 45 kW, bis 13.000 Wm. Das können wir sehr gut und da haben wir schon viele Kunden mit glücklich gemacht. Mein Name ist Daniel Lehmann. Ich bin Vertriebsingenieur bei KIW Antriebstechnik und Produktmanager für den Bereich Motoren für die gesamte KIW-Gruppe. Ich sitze hier in Schneeberg, wo wir die Getriebe und Motoren herstellen. Von der Steuerung über die Frequenzumrichter bis zum Motor sind wir praktisch die Hardware. Unsere Stärke ist eigentlich der Baukasten, der unserem Portfolio hinterlegt ist. Aus diesem Baukasten heraus können wir einer sehr großen Vielfalt Antriebe herstellen. Wir können dort Kunden auch schnell helfen, wenn es notwendig ist. Wo wir herkommen, das ist ganz klar der Getriebemotor. Dort hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan. Eines unserer Kernprodukte ist der Servomotor inzwischen geworden, der am Getriebe-Motor direkt angebaut werden kann. Hier haben wir einen großen Vorteil gegenüber vielen Mitbewerbern, dass wir den Motor direkt am Getriebe dran haben und dort einfach Mehrwert schaffen für den Kunden. Gerade im Zusammenspiel mit den Umrichtern der Steuerung, der KIW-Automation können wir sehr leistungsfähige Antriebe für unsere Kunden erstellen. Wir sind in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Eigentlich bedienen wir den kompletten Maschinenbau. Schwerpunkte für uns sind Textilindustrie, Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststoffmaschinen. Wir bewegen uns dort in einem relativ großen Bereich der Antriebstechnik von kleinen Leistungen bis 45 kW bis 13.000 Newtonmeter. Ein ganz wichtiges Tool ist das KIW-Drive. Das ist unser Konfigurator, in dem wir Antriebe definieren und auswählen. Das erleichtert uns ein Stück weit die Arbeit, dass der Kunde selbst auch die unterschiedlichen Möglichkeiten kennt. Wir setzen die Magnettechnik ein aus Barntrop. Die Bremsen, die Kupplungen kommen bei uns auch zum Einsatz. Das Zusammenspiel mit den Umrichtern der Steuerung ist erprobt, dass wir wirklich ein erprobtes System von der HMI-Schnittstelle bis zur Achse runter, zur Bremse, zum Motorgetriebe dem Kunden anbieten können.